Boim, 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 ja, boim die Partie zwischen Italien und Niederlande gesehen die hat Italien für sich mit 2 zu 1 gewonnen, wir haben und ist dementsprechend jetzt weiter in der Kaone, wir haben gehört dass Frankreich die zweite Mann also die B-Truppe, die Zweitbesetzung von Amerika plattgewälzt hat, die dementsprechend Gruppensierer geworden ist Amerika aber trotzdem weiter ist ja, und wir sind jetzt gerade hier und hören uns jetzt gerade mal den Hintergrund zu Schneiders Vater an, die Hintergrundgeschichte die der Kolinus Heine bei Kals nachgefragt hat, die also Schneider und Kals sind Kindheitsfreunde dementsprechend kennt man sich da, und es war wohl so gewesen dass Schneiders Vater den HSV als Trainer benommen hat, den besten Spieler von denen, namens Schmidt, dann aus der Startelf rausgesetzt hat weil der eigentlich besonders prickelnd war und es daraufhin ein bisschen Stunken im Verein gab, plus dann der HSV die schlechteste Saison seiner bis dahin laufenden Karriere hier der fiktiven Karriere, hier ist ja HSV noch ein Top-Team einer der Top-Leute vielleicht Top 3 oder 4 Mannschaften in Deutschland noch ja, haben sie dann die schlechte Saison ihre Vereinsgeschichte gespielt daraufhin wurde dann Schneiders Vater gefeuert der dann depressiv wurde es kam ein alter Trainer zurück die haben dann den Schmidt wieder also als Spieler den Ast da wieder reingebracht und der hat dafür dann gesorgt oder die haben dann geschafft tatsächlich in der kommenden Saison dann direkt Dritter zu werden so, und dementsprechend sind wir jetzt gerade hier beim Talk also hat er im Grunde recht also Schneiders Vater jetzt mit der Ausnahme von Schmidt ja, irgendwie schon verstehe um den guten Ruf seines Vaters wiederherzustellen hm, der Karl sieht, dass es in dem Cornelius arbeitet ja, genau darum geht's dann tatsächlich Schneider also versucht jetzt hier quasi mit seinen Art von Fußball den er quasi vollauf von seinem Vater gelernt hat so ein bisschen den Namen seines Vaters hier reinzuwaschen und zu zeigen dass, ja sein alter Herr mit der ganzen Geschichte nicht verkehrt lag Heya Nochmal Tsubasa Ach, die trainieren gerade mit dem besonders schweren Medizinball da Kein schlechter Schuss Tsubasa du hast die echt verbessert Ja meine Beine sind viel kräftiger geworden aber das reicht noch nicht etwas fehlt mir noch Okay jetzt ich Du bist wirklich stark, Hyuga ich kann nicht so fest schießen Natürlich brauchst du Kraft in den Beinen aber es gibt auch einen Trick um einen schweren Ball zu schießen Du darfst nicht auf den Ball eintreten Du musst dich auf die Form konzentrieren damit du den Ball mit voller Wucht treten kannst Die richtige Form, wie? Ja, nicht schlecht Tsubasa immer auch am Grübeln passt immer auch nicht so Was ist Tsubasa? Das ist es Das ist es, Hyuga Was ist was? Hast du den Dreh raus? Ja Ja, ich hab's jetzt begriffen Dann trainiere Fleißy weiter Du schaffst das, Tsubasa Dankeschön, Hyuga-kun Na, da bin ich mal gespannt was dabei rauskommt So, hinter ihr seht schon verschlossene Vorhänge Mikami wahrscheinlich mit Katagiri am Reden Die Vorrunde ist also vorbei Ja Außer uns sind auch Italien Frankreich Amerika Brasilien Argentinien Deutschland und Uruguay ins Finale eingezogen Das heißt, wir machen jetzt offiziell Japan ist die achte Mannschaft im Viertelfinale weiter Also kein Achtelfinale sondern tatsächlich im Viertelfinale Was heißt, dass wir auf viele dieser Mannschaften nicht treffen werden Was mir jetzt gerade schon innerlich das Herz zerbricht Ich hätte jetzt sehr gerne Also sau viele von denen hätte ich gerne gegen gespielt Italien hätte es nicht mehr sein müssen Das hatten wir jetzt quasi schon abgehakt gehabt Aber dann Frankreich hätte ich gerne gespielt USA hätte ich gerne die Revanche gespielt Brasilien sowieso Argentinien auch Deutschland muss auf jeden Fall sein Und Uruguay ist eigentlich auch eine Truppe mit Juan Dias glaub ich, ne? War das? Ne, Uruguay war ein anderer Laden Ne, Uruguay war einer der Vorbeigungsblock Hier hätte ich jetzt auch nicht sein müssen Aber die anderen Gegner Also von Frankreich bis Deutschland hätte ich da in der Aufzählung gern gegen jeden nochmal gespielt Uruguay hatten wir schon mal gehabt Die haben wir besiegt Die üblichen Verdächtigen also Unabhängig von der Gruppenauslosung Allerdings hat es mich überrascht dass Argentinien gegen Brasilien auch Dias verzichtet hat Ich hätte gedacht dass sie aufgrund der Rivalität zwischen den beiden Ländern ihre besten Elf aufs Feld schicken würden Natürlich ganz klar auch an dieser Stelle zu erwähnen Argentinien gegen Brasilien ist also das ist das Duell auf dem südamerikanischen Kontinent Das ist wirklich also einer der absoluten Highlight-Spiele immer wenn die gegeneinander spielen Gucke ich auch selber sehr gerne Also wenn die beiden Mannschaften auch noch nach treffen Da sind wir richtig Feuer drin Muss sagen ich würde mich mal sehr wieder über so eine Partie freuen innerhalb einer WM Argentinien gegen Brasilien Das hätte was Das zeigt nur dass Argentinien wichtiger ist das Turnier zu gewinnen Es sind noch drei Spiele bis zum Finale Sie geben ihrem Ast eine Pause damit er in den entscheidenden Spielen voll da sein kann Ja wäre auch bei uns so gewesen Also hätten wir noch wen schonen müssen hätten wir gegen Senegal die am besten schonen können Und durch den zweiten Platz in der Vorrunde spielen sie jetzt gegen uns aus ihrer Sicht zweifelte leichter Gegner Was? Okay jetzt bin ich surprised Ich hatte ganz fest damit gerechnet dass wir in die USA kriegen weil sie dieselbe Taktik gefahren haben Ich dachte wir kriegen jetzt die Revanche gegen die USA in der Finalrunde Nein kriegen wir nicht Wir haben jetzt tatsächlich Argentinien als Gegner Wow Okay Damit hat mich das Spiel wieder überrascht Also so rein logikmäßig hätte ich es schwer erwartet gehabt dass jetzt hier irgendwie die Revanche gegen die USA gekommen wäre weil die uns einfach fertig gemacht haben Aber Satz mit X das war wohl nichts Wir spielen jetzt tatsächlich gegen Argentinien Wow Okay Also halten sie immer nichts von uns Sollen wir recht sein Wenn sie unterschätzen kann das nur ein Vorteil von uns an Mit Tsubasa im Zentrum sind unsere Spieler deutlich stärker geworden Vielleicht sind sie wirklich schon bereit die Welt zu erobern Unglaublich wie sich diese Jungs entwickeln Jeden Tag überraschen sie mich aufs Neue Und wir sind für ihre Entwicklung verantwortlich Also sollten wir uns an die Arbeit machen Ja Es wird Zeit dass wir den nächsten Gegner analysieren Argentinien Wow Oh Leute es kribbelt schon wieder in mir Ich habe richtig Bock auf diese Partie gegen Argentinien Boah ey Also die Spiel catcht mich zwischendurch immer noch mal wieder richtig hart Und jetzt dieses Argentinien Ich habe vorhin drüber nachgedacht Argentinien gegen Brasilien und geile Duelle Und dann habe ich gedacht Ja wir spielen sowieso gegen die USA Ja weil von wegen jetzt gibt es Rache und hast nicht gesehen und easy Plotaufbau Nein 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 Ich darf jetzt gegen Argentinien spielen Ja Mann Da habe ich Bock drauf Das macht Spaß Da habe ich richtig Laune für Gut Und dann sind wir nun wieder auf dem Trainingsplatz Und wir hören jetzt ein paar Schüsse hin und her sausen Der arme Tsubasa ist ja wieder wieder bekloppt da Ich bin so nah dran Was fehlt mir noch Also er hat es noch nicht ganz raus Es fehlt noch das letzte Stück Hey Tsubasa Was machst du hier Ich habe an meiner Fußtechnik gearbeitet Kuchiro hat mir gesagt was los ist Also wollte ich nachsehen wie es dir so geht Sieht aus als hättest du Probleme Das ist leider wahr Es fühlt sich schon fast richtig an Aber Mann Warum musst du immer so ein einsamer Wolf sein Wenn du Probleme hast Rede mit uns darüber Aber das ist ein Problem mit meiner Technik Du schaffst das Mann Geht es dir wirklich nur um diese Technik Warum verlangst du dir so viel Geht es wirklich nur um diese Technik Was willst du damit sagen Das ist schon lange her aber Als Roberto zum ersten Mal getroffen haben hat er uns einen Fallrückzieher gezeigt Weißt du noch Ja Jetzt wo du es sagst Du musst ihn sofort üben bis die Sonne unterging Und du hast ihn geschafft Ich schätze Ich schätze Du bist schon immer so gewesen Ich fand die Aktion einfach total cool und wollte sie unbedingt auch hinbekommen Ja Ja Ich weiß nicht wie Spaß es dir gemacht hat den Fallrückzieher zu üben Wenn ich es mir vorstelle ich würde den ganzen Tag um Platz stehen und den Fallrückzieher üben Ich glaube ich könnte danach meinen Rücken absolut in den Mülleimer werfen Ist aber nur eine Idee von mir Aber Jetzt ist es anders Jetzt wirkst du als würdest du dich quälen Ja Das kommt mir auch so vor Du wirkst als ging es dir nur ums Gewinnen nicht darum Spaß zu haben Nicht dass das grundsätzlich schlecht wäre aber das bist nicht du Tsubasa Vielleicht hast du recht Ich will dass das Team Erfolg hat Ich will Profi werden und der beste Spieler der Welt In letzter Zeit habe ich nur mehr an sowas gedacht Dabei habe ich das wichtigste aus den Augen verloren Ich liebe Fußball Es macht mir riesen Spaß Darum habe ich ja überhaupt jetzt angefangen zu spielen Okay Ich schaffe das Das ist mein Topspin Flieg durch den amerikanischen Himmel Scheint Scheint als ob es jetzt raus hat Bisschen viel Qual Aber egal Passt Ach Jetzt kriegen wir unsere Belohnung Sehr schön Wir haben ja zwei Rangstufenaufstiege Einmal mit Karl Schneider und einmal mit Lensen bringen Dann würde ich mal sagen Lasst mal hier herhören Karl Schneider Okay Das war gar nicht so schlecht Wir sind fast fertig Schneider Ja Ich schätze schon Oh Du schon wieder Ich will der Beste der Welt werden Ich komme wieder bis du Ja sagst Das klingt besser Hat ne Geste Bursche Meint ihr das etwa ernst Okay Alles klar Aber zuerst will ich dich testen Pass auf Wir machen es so Ich mache 10 Fernschüsse von außerhalb des Strafraums Wenn du auch nur einen davon hältst hast du gewonnen Ich soll den halten Den krieg ich die Wakabayashi gehalten Aber wenn nicht lässt du sein Okay Hey Ist das nicht ein bisschen hart Selbst Wakabayashi konnte nur Okay Die Hälfte hat er immerhin gehalten von den außerhalb des 16ers Also los Neun Schüsse Neun Tore Du hast nur eine letzte Chance Gar nicht schlecht für einen Feldspieler Malte Aber gegen den Schuss hast du keine Chance Schneider muss das auch wissen Was soll diese Farce also Es wäre einfacher und schmerzloser gewesen dich einfach wegzuschicken Jetzt kommt der letzte Schuss Als ob ich aufgeben würde Das ist meine Chance Äh Das ist meine Chance Pass auf Hey Bist du wach Ah der hat mir voll auf mich drauf gezimmert Uff Den letzten Der hat einfach zentral geschossen Das war quasi das Ding Nach dem Motto hältst du das aus Hey Bist du wach Du hast diesen Feuerschuss mit ins Gesicht bekommen Und nicht einmal mit der Wimper gezuckt Ich bin beeindruckt Du hast gewonnen Ich werde dir den Feuerschuss beibringen wie versprochen Aber nicht heute Komm später wieder Na immerhin Ich weiß was du da tust Schneider Mit den ersten neun Schüssen hast du klar gemacht dass er ihn normalerweise niemals halten kann Und den zehnten hast du auf seinen Kopf gezielt So hat er die Chance ihn mal abzuwehren wenn er bereit war dafür Schmerzen in Kauf zu nehmen Wenn sein Wille auch nur ein wenig geschwankt hätte Dann wäre der natürliche Reflex gewesen den Schuss auszuweichen und das Gesicht zu schützen Jeder hätte das verstanden Aber er ist nicht ausgewichen Er hat die Fresse hingehalten und damit bewiesen wie sehr er den Feuerschuss lernen will Da fällt mir ein In seinem ersten Training in Deutschland Wakabayashi auch einen von Schneiders Schüssen mit seinem Schädel abgewährt Du wolltest sehen ob er da eben genauso Ernstes meint wie Wakabayashi Habe ich recht Schneider? Gut für dich Malte Du kannst vom besten lernen Ach ja Ich habe vorhin Wakabayashi angerufen Er sollte bald da sein um dich abzuholen Ruh dich ein wenig aus So lange warten wir 50 Spielpunkte verdienen Sehr schön Also 50 Skillpunkte quasi Die können wir auch dringend gebrauchen Ey Was machst du da gleich Lensen? Training geht los Ach Ich ziehe mich nur schnell auf die Schuhe an Etwas beschäftigt mich Alles klar Dann gehe ich mal vor Und wer bist du? Dein Gesicht kommt mir bekannt vor Spielst du für Japan? Ich beobachte dein Spiel schon länger Ich wollte mit dir reden So rum trifft das Ne? Du willst mit mir reden? Tut mir leid Aber ich bin kein Mann der großen Worte Wenn du was drauf hast wirst du dich durchsetzen Übrigens sind deine Schuhe locker Da musst du aufpassen So kann man sich leicht verletzen Jedenfalls Unser Training beginnt gleich Ich muss los Ich hoffe wir sehen uns Sehr schön Noch mal 50 Punkte Immer eine Bekanntschaft gemacht mit dem Mann Und dann sind wir auch tatsächlich schon da In dem Vorlauf für das Spiel gegen Argentinien Eieieiei Jetzt geht es ja wirklich Schlag auf Schlag Viertelfinal sind wir mittlerweile Das Projekt wird gar nicht mehr Mal so ewig gehen Muss ich mir bald schon mal Gedanken drum machen Ich habe ja schon eine Idee Was ich nachfolgungsmäßig Nachfolger mäßig Ja vielleicht machen kann Aber müssen wir erst mal schauen Auf jeden Fall Wie gesagt Laufen wir jetzt hier Langsam auf das Final zu Auf das Ende des Projektes Aber jetzt müssen wir Aufpassen Ja das ist K.O. Runde Freunde Ab jetzt können wir Jederzeit rausfliegen Naja okay Gehen wir erst mal Aufs Trainingsmenü ein Wir haben natürlich jetzt Oh ich glaube 100 Skillpunkte Ne ein bisschen mehr Müssen sogar noch sein Es sind doch nur 50 Ich dachte das wäre mehr Es sind Hä Was haben wir denn bekommen Ach wir haben Spielpunkte bekommen Keine Skillpunkte Ich dachte wir haben Bonusfähigkeitspunkte Schade Okay Dann das mal kurz gucken Als nächstes hätte ich gedacht Ja Kraft auf 80 zu bringen Wäre halt schon ganz geil Dann versuchen wir mal Kraft Richtung 80 Vorzuschieben Okay klappt nicht ganz Aber naja egal Gut okay Haben wir jetzt 79 Kraft Aber zumindest kräftig genug Sind wir schon mal So dann kommen wir In die Aktionen hinein Haben wir jetzt hier Genau wenn man irgendwelche Schüsse kriegt noch Also der Tigerschuss ist bei AA Mal kurz gucken Ob wir noch irgendwas haben Was in die Richtung geht Der Kracherschuss Ist AA Abnahme groß Reichweite mittel Okay Ne da ist tatsächlich Der Tigerschuss Glaube ich ein bisschen besser Oder Oder Weiß ich nicht ne Der Wert sagt mir 7 Aber der Wert sagt mir sogar 8 Ich glaube dann nehmen wir vielleicht den Kracherschuss Demnächst Machen wir jetzt mal weiter AA habe ich sonst glaube ich nirgendwo mehr Ne Ja genau Ich glaube wechseln tatsächlich So ein Kracherschuss Auch um uns ein bisschen Einen Touch zu geben Warum denn nicht Hier passt tatsächlich alles Hier ist weiterhin Angetäuschte Schuss Das Beste Dann haben wir hier Schleichweg Übersteiger Ich glaube das Schleichweg War es auch gewesen Das passte tatsächlich Der Tiger Passt Ist weiterhin Das bessere glaube ich Von beiden Die haben einen Wert von 9 Ja und genau Hier bleibt auch alles Beim weiteren Hier haben wir das verzweifelte Rutschen Und den gesprungenen Block Ne Der Rest passt soweit Gut Was haben wir jetzt noch Haben wir hier noch irgendwas bekommen Ich glaube nicht Ne Dann passt auch alles Gut Okay Dann lassen wir es so Dann wechseln wir jetzt tatsächlich Einfach nur einen Schuss Haben wir jetzt tatsächlich Einen anderen Schuss Mit dem wir jetzt also unterwegs sind Mittlerweile haben wir eine Wertung Von 85 sehe ich gerade Ist auch gar nicht mal so schlecht 85 Das kann ich schon sehen lassen Müssen wir in den nächsten Aufstellungen Da mal rüberschauen Ob das vielleicht nicht sogar Schon einer der besten Werte ist Einer der besten Werte In der Mannschaft ist doch tatsächlich Genau Aber wie weit wir jetzt noch weg sind Von unseren Top Leuten So dann kommen wir Trainingsgegenstand aus Ich habe einen Trainingsgegenstand bekommen Jetzt seit dem letzten Mal Den ich ganz gerne annehmen würde Nämlich das wilde Stirnband hier wieder Erhöht die Partie Verdienten Fähigkeitspunkte Ein wenig Damit können wir ein bisschen mehr leveln Dann in der Partie Sehr schön Das möchte ich ganz gerne noch haben Gut Freunde Freundschaftsmissionen Da will ich jetzt nicht nochmal unbedingt drüber gucken Das sind mir jetzt nicht Besondere Story-Herausforderungen Haben wir gesehen Das letzte Mal Wir haben eine freischalten können Aber die sind wirklich nicht easy Von daher Ja mal schauen Ob da mal was passiert Da will ich jetzt eigentlich gar nicht so hinterher Wobei wir können zumindest gucken Wie viele es gibt jetzt hier Gegen Argentinien gibt es auch nur eine Wenn ich das richtig sehe Ja Es gibt nur eine Und das wäre dann Hä mit Matsuyama Achso das waren sozusagen die Ne doch ist richtig Matsuyama ist das Mit dem wir es machen müssten Okay Alles klar Also Matsuyama hat noch eine Geschichte hier Aber egal Dann würde ich sagen Gehen wir jetzt mal rüber ins Taktiktreffen Lass uns mal anhören Was jetzt die Argentinien Also alles drauf haben Unser Gegner im Viertelfinale Ist Argentinien Ihr gefährlichster Spieler Ist natürlich Juan Diaz Sie spielen übrigens auch mit breiter Raute Wieder Also jetzt relativ häufig Erst wir dieses System sehen Sein unkonventioneller Und akrobatischer Spielstil Ist absolut unberechenbar Und er macht auch Gegen die stärksten Teams Der Welt seine Tore Gemeinsam mit seinem Zwilling Pascal kann er extrem dynamische Aktionen auspacken Also diese beiden Kollegen sind das hier Pascal und Diaz Auf die wir hier besonders aufpassen müssen Also hier auch wieder mal Ähnlich wie Gegen Was waren das gewesen? Gegen Hilder Genau Offensiv vor allem Aufpassen könnte jetzt eine bessere Version quasi sein Auch vom Senegal oder so Die hat ja auch zwei Spieler gehabt Die sehr brauchbar waren Das könnte jetzt also eine verschärfte Variante davon werden Der Schlüssel in diesem Match wird sein Wie gut das Zusammenspiel Unser Asse zu Basa und Misaki mit ihr mithalten kann Wenn wir Diaz und Pascal in Schach halten können Werden wir selbst zu Gelegenheiten kommen Wir können gewinnen Aber nur wenn wir alles dafür geben Ja Dankeschön Ist richtig Ist richtig mein Lieber Gut dann würde ich sagen mal weiter bis zur nächsten Partie Ich denke bis zum nächsten Gesamtmenü müssten wir eigentlich heute noch vorstoßen können Wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe Das dürfte noch drin sein Hier haben wir Galvan Argentinischer Verteidiger Haut seine Gegner mit Tacklings und Dribblings buchstäblich aus den Socken Und Diego Barbas Trainer der argentinischen Nationalmannschaft Oh den kenne ich auch Fällt mir gerade ein Lange her Aber den kenne ich noch Sie sind also auch nach Amerika gekommen Roberto Wir haben uns lange nicht gesehen So ist es Trainer Barbas Das Spiel heute dürfte auf jeden Fall interessant werden Ich weiß, dass sie eine besondere Verbindung zu Japan haben Aber heute gibt es nur ein mögliches Ergebnis An Selbstvertrauen mangelt es ihnen nicht, oder? Sie meinen also, mit Diaz kann Agentieren gar nicht verlieren? Ja, so ist es Ich an ihrer Stelle würde aber Japans Tsubasa Ozora nicht unterschätzen Tsubasa? Sie meinen Japans Nummer 10? Ja Ich habe ihm das Fußballspiel in den Ball gebracht Wer ihn kennt, hat großen Respekt vor ihm Er ist mindestens ebenso talentiert wie Diaz Kann sein, dass Japan den Kürzeren zieht Aber ich denke, wir werden ein großartiges Spiel sehen Was ich nicht sagen, Roberto Ich werde mir auf keinen Fall es entgehen lassen Nur zu Also Coach Talk der beiden südamerikanischen Trainer hier Ja, der Barbas, den kenne ich auch noch aus Alten Aus alten Folgen dann noch Aber ich weiß nicht mehr, was ich mit dem verbinde Keine Ahnung, was damals da gewesen ist Der hatte glaube ich sogar tatsächlich ein bisschen Storyline gehabt, der Mann Da bin ich raus Weiß ich nicht mehr Egal Wer war das Trainer? Roberto Hongo Ein ehemaliger Teamspieler von Brasilien und ein guter Bekannter von mir Er hat auch japanische Wurzeln und hat gemeint, wir sollten den Jungen im Auge behalten, den er in Japan trainiert hat Ihre Nummer 10 Japans Nummer 10 Ach ja Das ist der Typ mit dem südamerikanischen Stil Das muss er sein Hoppla Wir sollen uns besser beeilen, damit wir rechtzeitig im Stadion sind Ja, dann mal auf auf So, dann ab rüber in die Kabine und wir sehen hier All teams fight for the same dream The winner will be shit Nicht schnell genug gelesen konnte, aber ihr könnt noch wenigstens rückspulen So Okay, hört alle mal zu Heute beginnt die Finale Runde Das bedeutet, unsere Gegner werden alles geben, was sie haben Und das bedeutet, wir müssen das auch tun Beweist euren Kampfgeist Gut, Zeit für die Besprechung Unser erster Gegner ist Argentinien Auf den Punkt gebracht ist das Juan Diaz Team Er beherrscht das Mittelfeld Setzt seine Mitspieler in Szene Aber ist auch immer selbst für ein Tor gut Die anderen Spieler sind mehr oder weniger nur seine Wasserträger Das heißt, wenn wir Diaz unter Druck setzen, können wir Argentinien Probleme machen Das ist aber natürlich leichter gesagt als getan Besonders müssen wir auf seine Dribblings und seine Akrobatik aufpassen Selbst wenn wir mehrere Spieler auf ihn ansetzen, könnte es nicht reichen Er ist einfach so gut Er ist das absolute Ass seines Teams Also müssen wir ihn mit unserem eigenen Ass bekämpfen Tsubasa Wenn du das Mittelfeld dominieren und Diaz aus dem Spiel nehmen kannst, ist Argentinien nur auch halb so stark Ich möchte, dass du das tust, was du kannst Misaki Tsubasa wird deine Unterstützung brauchen Seit drei Jahren studiere ich nun die Technik und Philosophie des südamerikanischen Fußballs anhand von Robertos Notizen Und heute spiele ich gegen Juan Diaz Den wohl besten Mittelfeldspieler Südamerikas Ob meine Tricks auch gegen ihn funktionieren Tja, das wird die Partie dann selbst erst zeigen Hör zu! Heute beginnt die Finalrunde Also heißt ab jetzt alles oder nichts Unser Gegner ist Japan Das bereits Italien und die Niederlande geschlagen hat Sie sind derzeit vielleicht das heißeste Team im Turnier Aber keine Sorge Wir spielen einfach unser Spiel Diaz kontrolliert das Mittelfeld und ihr andere unterstützt ihn Kein Problem Unser letztes Spiel gegen unseren alten Rivalen Brasilien in der Vorrunde endete unentschieden Und mit unserer Statistik sind wir insgesamt Zweiter Also sie haben die schlechte Tordifferenz dann gehabt irgendwie anscheinend oder was Na egal Wir sind am Gipfel des Turniers angelangt Es wurde alles dafür getan Dass wir uns den Sieg holen können Und deshalb müssen wir es schaffen Brasilien ein für alle Mal besiegen Und uns den Titel holen Ja, für sie geht es natürlich wie gesagt Vor allem um diese Spiele dann gegen Brasilien Oh, Freunde Ist das, ist das wild Pascal Wie fühlst du dich, Diaz? Oh, jetzt weiß ich was Ah, die beiden hatten Jetzt weiß ich den Storyplot wieder Ich weiß nicht, ob ich den erzählen soll Ob das irgendwas vorweg spoilert Ne, ich lasse den Plot nochmal für mich Ich behalte ihn nochmal für mich Aber ich weiß jetzt wieder Was mit diesen beiden Jungs und dem Trainer gewesen ist Okay Dann lasst mich mal hier weitermachen Besser denn je, nachdem ich ein Spiel ausgesetzt habe Ich kann es kaum erwarten, wieder zu spielen Ich werde 110% geben Das ist unser Diaz Überlass ruhig alles mir Zeigen wir diesen verwirrenden Japanern Was sie auf der Straße gelernt haben Mit mir und Pascal Hier sind wir unschlagbar Na, da bin ich mal gespannt Endlich ist es soweit Die Finalrunde der Junior Youth World Challenge beginnt Und die erste Begegnung lautet Japan gegen Argentinien Aus der Vorrunde kennen Sie natürlich Juan Diaz Argentinensuperstar und wichtigsten Spieler Mit seiner Schnelligkeit und Technik Seinen Dribblings und akrobatischen Einlagen Ist ein absoluter Ausnahmespieler Wenn Japan hier eine Chance haben will Müssen sie dieses Supertalent irgendwie in den Griff bekommen Und der einzige, der es mit ihm aufnehmen kann Ist natürlich Japans Wunderkind Tsubasa Ozora Wir treffen zwei junge Stars aufeinander Jeweils die Käpt'n und Mittelfeldstrategen ihrer Teams Das wird das Duell des Jahres Ah, ich freue mich auch immer Wenn solche Dinge so richtig angeheizt werden Es gibt halt so Leute, die sagen Wenn es um so ein paar Duelle geht Ob es nun, egal in welchem Sport das ist Dass das vielen Leuten immer so übertrieben ist Wenn das so angeheizt wird Aber ich brauche das Also mir gefällt das Wenn es dann wirklich so Das Duell irgendwie von zwei Leuten Zwei Giganten sind im Sport Das finde ich immer richtig geil Im Boxen geht das natürlich perfekt Immer Weil du einfach halt diese zwei Kämpfe hast Im Fußball klappt das so semi Mit einzelnen Namen Das schaffst du vielleicht Also in Deutschland am ehesten Hättest du das mal geschafft Wenn du so ein bisschen Und man hat es glaube ich So ein bisschen versucht Dann aufzustacheln Das Duell Lewandowski gegen Haaland Das hast du so ein bisschen versucht Aufzustacheln Aber auch im Radsport Kippt das ja häufiger mal Weil du auch gerade da Ja immer das große Favoritenstern Am Berg hast Ihr da draußen Die vielleicht noch das Radsportprojekt Damals mitverfolgt haben Ihr wisst denke ich Bescheid Noch von damals Aber ja da am Berg Gab es dann auch immer so Dann diese Ausscheidungsduelle Und dann wirklich auch nur Das Survivor befittest Der stärkste überlebt Und ähm Ja Solche Duelle machen mir einfach Spaß Dafür liebe ich den Sport Das ist das was es ausmacht Ob das nun Messi gegen Ronaldo ist Oder Naja wo immer ihr das jetzt herpackt Oder hier zu Barca gegen Dias Du hast eine Du hast eine amerikanische Südamerikanische Technik Von Roberto Hongo gelernt Stimmt's Dann zeig mal was du kannst Was Du kennst Roberto Woher Also äh Unser Trainer ist mit ihm befreundet Und sie haben vor dem Spiel miteinander geredet Heute noch ein Spiel Heute noch ein Spiel Und sie haben mit ihm gesprochen Ja Roberto ist hier Oh Irgendwo da oben auf der Tribüne Er sieht uns zu Konzentrier dich Mann Jetzt geht hier jemand los Jetzt hat er ihn doch schon völlig rausgeholt Mit der Ansage hier Was ist zu Barca Es ist Roberto Dias sagt er ist heute im Stadion Was wirklich Oha Jetzt sag nicht dass er jetzt geistig abgelenkt ist Och nee Das kann ich jetzt ja nun gar nicht gebrauchen Aber Ja Da sind wir tatsächlich nun also im Vorauswahlmenü Das war das Vorgelmenkel vor der Partie Tatsächlich geht es dann jetzt wohl gleich instant los Schauen wir mal durch Und ich Oh die Gruppe E gefällt mir schon sehr gut Na Ja Ich glaube die Gruppe E ist es Das sieht mir eben sehr sehr gut aus Kurz runter gehen Gruppe E ist die hier Mit eben Hyuga Wakashimasu Napoleon Pascal Magus Das ist okay Damit kann ich sehr gut leben Die anderen finde ich jetzt nicht so besonders prickelnd Also hier unten die Gruppe F Ginge auch Aber nee Ich will tatsächlich Gruppe E haben Warum wir E haben Ich finde Pascal und Napoleon Äh Napoleon Ich muss mich gut überlegen Malte Willst du das jetzt aussprechen Willst du das Deutsch aussprechen Willst du Französisch aussprechen Napoleon Oder ist das jetzt Napoleon für dich Hm Naja egal So okay Dann würde ich sagen Also die Gruppe will ich auf jeden Fall haben Ja genau Die nehmen wir So dann einmal hier raus Wieder Genau Auswahl beenden Zack Fertig So dann sind wir tatsächlich auch schon im Menü angekommen Freunde Aber Meine Lieben Ihr kennt das ganze Spielchen ja Also Das Spiel dann Zwischen Argentinien und Japan Das erste K.O. Spiel Das Viertelfinale In der Junior Youth World Challenge Wird dann also Dementsprechend stattfinden Richtig Nicht mehr heute Nicht mehr in dieser Woche Sondern in der kommenden Woche Freunde Dann also am Montag Macht euch dann drauf gefasst Die Partie zwischen Japan Und Argentinien Da wir uns dann nochmal genauer mit beschäftigen Auch mit Aufstellung Alles Pipapo Ihr kennt den ganzen Spaß Ja Und ja Dementsprechend würde ich sagen War es das dann für heute Wir sehen uns dann zur nächsten Ausgabe In der nächsten Woche wieder Bis dahin würde ich sagen Danke fürs dabei sein Wenn es euch gefallen hat Nochmal Daumen Abvote Und Abo dalassen Auch über Kommentare Freue ich mich natürlich sehr Werden natürlich auch Nächste Woche Montag wieder alle abgehandelt Was ihr noch habt Auf der Seele Was euch da lastet Und brennt Und ja Dann würde ich sagen Schauen wir uns das ganze Name an Ich blanke mich fürs dabei sein Wir sehen uns zur nächsten Ausgabe wieder Bis dahin wünsche ich euch was Haut da rein Und ciao Hat dir das Video gefallen Und würdest du da gerne mehr von sehen Verschwören dir noch unzählige Projekte Im Kopf rum Die wir mal machen sollen Leider ist das im Moment Für uns alles noch sehr schwer umzusetzen Da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist Jedoch was nicht ist Kann sich ja noch ändern Und das schon ab einem Euro pro Monat Das ist jetzt auf den ersten Blick Vielleicht nicht viel Geld Aber wenn uns bereits jetzt Jeder Abonnent Diesen einen Euro geben würde Könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen Wenn wir und der Kanal Dir also am Herzen liegen Überleg doch vielleicht Ob du nicht auch wie diese Leute Ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest Damit auch wir Unseren Traum von YouTube zu leben Bald Realität werden lassen können